Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie auch sehr herzlich begrüßen, auch im Namen von der Frau Dr. Leitner, die noch nicht kommen kann, weil sie noch in der Ambulanz steht. Sie sehen, Klinik ist herausfordernd und kann manches beeinträchtigen, auch die Lehre beeinträchtigt. Aber nachdem ich zuerst beginne, glaube ich, können wir durchaus mit der Lehrveranstaltung oder mit der Informationsveranstaltung, ist ja keine Lehrveranstaltung, beginnen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken beim Herrn Juh und seinem Team, der Studienvertretung Humanmedizin, die uns hierbei unterstützen, weil ich glaube, dass das Prinzip Diplomarbeit bzw. das wissenschaftliche Arbeiten natürlich ein sehr, sehr wichtiges ist im Studium. Und nachdem es sehr, sehr schwierig ist, für alle Studierenden dieses Prinzip zu synchronisieren. Das heißt, sie werden unterschiedlich weit fortgeschritten sein, je nach ihren individuellen Interessen bzw. wie die jeweilige Studienlage ist. Und daher ist es für Sie dann auch ganz wichtig, dass Sie möglicherweise in dieser Präsentation dann einmal nachsehen, was es so an Interessantem oder an Beachtenswertem zur Projektstudie bzw. zur Diplomarbeit geben könnte. Drum diese Veranstaltung Nützliches zur Projektstudie und Diplomarbeit, die eben von der Frau Dr. Leitner und von mir gestaltet wird. Die Zielsetzung, Gegenstand dieser Veranstaltung ist, dass ich zuerst einiges so über Zielsetzung von wissenschaftlichem Arbeiten, die Rahmenbedingungen und was es so an besonderen Dingen gibt, die zu beachten sind, dass man das extra erwähnt, dass die Frau Dr. Leitner dann spezielle Anregungen gibt, wie man das angehen soll. Weil das eine ist, man arbeitet wissenschaftlich, aber natürlich erhebt sich dann die große Frage, wie lege ich das am besten und am zielgerichtetsten an für meine individuellen Bedürfnisse. Und da hat sie als Kollegin, die selbst diese Diplomarbeit schon durchlaufen hat, natürlich gute Erfahrungen, wie das jetzt funktioniert für die eigentlich betroffenen Studierenden hier an der MedUni Wien und eben der Abstand ist nicht ganz so weit her, wie es bei mir her ist, der Einstieg ins wissenschaftliche Arbeiten. Und was natürlich ganz wichtig ist danach, ist das Fragenstellen. Das heißt, nachdem es so individuell ist, werden von Ihnen sehr, sehr unterschiedliche Fragen kommen zu dieser Thematik. Und diese Fragen bitte einerseits können wir danach diskutieren, aber bitte auch insbesondere im Vorfeld während der Präsentation, wenn Ihnen was auffällt, Sie können sich natürlich auch laufend melden und sagen, hoppla, da gibt es eine Frage. Aber Sie können es auch zwischendurch hier über das Webpol diese Fragen richten, sowohl an mich als auch dann an die Frau Dr. Leitner. Um gleich zu beginnen, Projektstudie, Diplomarbeit, das Ziel, was ist das Ziel? Das Ziel ist ein Schriftstück. Dieses Schriftstück hat mehr als 50 Seiten, laut unseren Richtlinien. Die 50 Seiten sind willkürlich gewählt, aber sie sind gewählt. Das heißt, wir haben uns darauf geeinigt, dass dieses Werk 50 Seiten haben soll und bitte diese 50 Seiten auch einhalten. Bitte hier nicht versuchen zu verhandeln, dass Sie sagen, 48 sind auch genug, weil dann sind 48 genug, dann sind 46 genug und für manche Kollegen sind dann auch nur 17 Seiten genug. Das heißt, irgendwo muss es eine Grenze geben. Und wenn man sich betrachtet, was in so einer Diplomarbeit alles drinnen sein soll. Und Sie sehen es hier auf der rechten Seite aufgelistet. Das soll eine Literaturübersicht sein. Jede Diplomarbeit soll im Prinzip zur Einleitung einen narrativen Review haben. Dann sollen die Methodik, die Verfahren, die Sie verwenden zur Diplomarbeit, sollen ausführlich beschrieben sein und das nach Möglichkeit auf SOP-Ebene, um wirklich nachvollziehen zu können, was Sie gemacht haben. Dann die Ergebnisse darstellen, aber nicht nur die Ergebnisse, die in tollen wissenschaftlichen Zeitschriften publizierbar sind, sondern alle Ergebnisse, die Sie bekommen haben, wo es mehr der Nullhypothese als der H1-Hypothese entspricht. Das sind wichtige Ergebnisse. Das sind wichtige Ergebnisse für Ihre Kolleginnen und Kollegen, die auch Diplomarbeiten schreiben werden und wahrscheinlich dann zum gleichen Thema, wo Sie eben die Nullhypothese bestätigt haben, das Gleiche noch einmal machen. Die gleichen Studien werden hundertmal gemacht, obwohl man es eigentlich schon weiß, aber es nicht wirklich weiß, weil es nirgends dargestellt ist. Also bitte auch sozusagen die nicht erfolgreichen Experimente, die sind erfolgreich, weil Sie eine klare Frage dazu gehabt haben und eine klare Antwort bekommen haben. Das heißt, das Ergebnis, dass hier kein Unterschied, dass kein Einfluss ist, ist ein wichtiges Ergebnis. Bitte daher diese Ergebnisse auch unbedingt in der Diplomarbeit publizieren. Ganz wichtiger Punkt. Und wenn Sie danach noch diese Ergebnisse entsprechend zum Stand der Wissenschaft darstellen, entsprechend diskutieren, dann landen Sie meistens und das ist der Erfahrungswert bei 80 bis 100 Seiten. Das heißt, es ist weniger das Problem, 50 Seiten zu erreichen, weil man so viel nicht schreiben kann, sondern es ist meistens das Problem, dass die Betreuer dann möglicherweise auf Sie einwirken und sagen, könnte man den Text nicht etwas kürzer gestalten. Die längste Diplomarbeit, die mir vorgelegt worden ist, hat 768 Seiten gehabt. Und wenn Sie sich vorstellen, dass ein Betreuer eine derartige Arbeit möglicherweise zweimal, dreimal oder vielleicht sogar öfter durcharbeiten sollte, um Ihnen Feedback zu geben zu dieser Diplomarbeit, werden Sie verstehen, dass nicht alle Betreuer diese Motivation aufweisen, diese 700 bis 800 Seiten intensiv durchzuschauen. Also um hier einen Zwischenweg zu finden, das ausführlich darstellen zu können, aber auf der anderen Seite halt natürlich auch nicht unnötig dann Texte korrigieren zu müssen. Eben dieser Kompromiss auf 50 Seiten. Was Sie hier insbesondere an Kompetenz dafür aufweisen müssen, ist, wie Sie auch unten dargestellt sehen, ist eben die Literaturbearbeitung, ist, dass Sie eine Studie durchführen und ist, dass Sie das entsprechend darstellen, durchschreiben, zeichnen, habe ich es jetzt einmal sehr salopp formuliert. Das heißt, Sie müssen die Abbildungen entsprechend generieren. Das heißt, Sie haben eine gewisse Kompetenz von Ihren Einschulungen, von Ihren Vorerfahrungen in den speziellen Studienmodulen, was eben die Literaturbearbeitung betrifft. Das werden wir dann kurz noch eingehen. Wie man eine Studie durchführt, werden Sie sozusagen erfahren, anhand eben dieser Studie, die Sie machen werden und schreiben, ist ein schwieriger Punkt, weil sozusagen Schreibwerkstätten bzw. Schreiberfahrungen erwirbt man natürlich nicht so während des Studiums, aber nachdem Sie eine höhere Schulbildung absolviert haben, sollte auch das Schreiben selbst kein wirkliches Problem darstellen. Zum Thema Diplomarbeit, was kann wirklich als Diplomarbeit verwendet werden? Diplomarbeit ist eine wissenschaftliche Arbeit. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, was ist eine wissenschaftliche Arbeit und wenn ich da so reinschaue, würde ich wahrscheinlich 50 Antworten bekommen. Das heißt, da gibt es eine unterschiedliche Ansicht, was jetzt wirklich Wissenschaft ist. Kann man natürlich aus verschiedenen Richtungen betrachten, aber ich glaube, die schönste Definition hat Karl Jaspers in seiner Definition der Wissenschaft in der Idee der Universität 1980 formuliert, indem er sagt, ist die methodische Erkenntnis, deren Inhalt zwingend gewiss und allgemeingültig ist. Hier stecken alle Wissenschaftskriterien drinnen, aber der wichtigste Punkt ist die methodische Erkenntnis. Das heißt, wenn Sie ein spezielles Verfahren verwenden, ich darf die Frau Dr. Leitner begrüßen, wenn Sie ein bestimmtes wissenschaftliches Verfahren verwenden, dann werden Sie eine wissenschaftliche Arbeit durchführen. Das heißt, das Wichtige ist, dass Sie eben sozusagen eine spezielle Methodik anwenden. Das klingt jetzt sehr selbstverständlich, aber wenn man sich manche Projektpläne durchliest, dann hat man oft nicht den Eindruck, dass den Studierenden wirklich bewusst ist, welche Verfahren sie verwenden. Und dass Sie mit den Verfahren auch vom Weg wissen, wie Sie zu dieser Erkenntnis kommen, wie auch das Jaspers so wunderschön formuliert, ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also wenn eine definierte Methodik dahinter ist und danach etwas Neues herauskommt, dann haben Sie Wissenschaft betrieben. Ist nicht das Prinzip, ich weiß nachher mehr, ich habe es ein bisschen einfacher formuliert. Sie sehen es rechts unten stehen, man weiß nachher mehr. Also nicht, weil Sie viel gelesen haben und jetzt selbst viel wissen, sondern weil die Allgemeinheit, eben diese Allgemeingültigkeit erfüllt ist. Deswegen haben Sie die wissenschaftlichen Kriterien erfüllt. Warum Wissenschaft vielleicht noch ganz kurz? Warum Wissenschaft im Medizinstudium? Wird auch immer diskutiert. Warum keine nur Spezialausbildung? Sprich, dass Sie eine reine Praxiskompetenz erfahren, wie man Patienten betreut. Das ist ja eigentlich auch eine Zielsetzung im Humanmedizinstudium. Wenn Sie die zwei Prinzipien anschauen, forschungsgeleitet lehren und forschend lernen. Vom Lehren her ist es natürlich, dass Sie sozusagen das entsprechende Wissen erfahren, dass Sie am Stand der Wissenschaft sind, dass Sie mitdenken können, dass Sie nachvollziehen können, um eben dann auch den ärztlichen Alltag bewältigen zu können. Aber ich glaube, der wichtige Punkt ist für Sie dieses forschende Lernen, das Sie hier auch im Rahmen der Diplomarbeit erfüllen bzw. erfahren sollten. Und da geht es insbesondere darum, kritisches, analytisches Denken, Reasoning, wenn Sie Patienten betrachten, wenn Sie hier Argumentationen finden, warum Sie auf bestimmte Wege eingehen müssen, dass Sie begründet und selbstständig agieren, dass Sie eben planen können, koordinieren können, Management haben, dass Sie Problemlösungskompetenzen erfahren und insbesondere, und das ist der Punkt, der in Fett steht, dass Sie auf relevante Fragen eine begründete Antwort geben können. Und ich glaube, das ist das fundamentale Ziel einer wissenschaftlichen Arbeit, dass Sie lernen, auch in kurzen Worten auf eine relevante Frage eine begründete Antwort zu geben. Und nicht sagen, ich glaube, das ist jetzt so und wenn ich das so mache, dann könnte es so sein. Sie sind mit einer Frage konfrontiert. Die Frage heißt Patient inklusive Problem. Entschuldigung, wenn ich Patienten mit Problemen gleichsetze, aber ideell gleichsetze. Das heißt, der Patient kommt mit einer bestimmten Problemstellung daher. Da gibt es einen Beratungsanlass. Das ist für den Patienten ein Riesenproblem. Und dieses Problem sollen Sie lösen. Das heißt, dazu müssen Sie eine konkrete, relevante Frage stellen. Und auf diese konkrete, relevante Frage müssen Sie mit den entsprechenden Verfahren eine begründete Antwort geben. Das heißt, auch dieser Prozess ist für Sie ärztlicher Alltag. Und ich glaube, wenn Sie das an einem definierten Modell einer wissenschaftlichen Arbeit inklusive kritisches Denken und all das, was hier aufgelistet ist, durchexerzieren, dann sieht Sie hier auch einen großen Schritt weiter in der Kompetenz, die Patienten adäquat zu betreuen. Ihr Weg zur Wissenschaft. Sie haben es schon einiges hinter sich gebracht. SSM 1 war im Prinzip die Auseinandersetzung mit Literatur. Das heißt, Sie wissen jetzt schon, wie man Literatur findet, was Literatur ist, wie Literatur zu bewerten ist. Hat man manchmal nicht den Eindruck, wenn man sich die Projektpläne ansieht und da die Quellenangaben liest, ob Sie wirklich das entsprechende, ob alle Studierenden schon das adäquate Literaturverständnis haben, welche Quellen hier herangezogen werden sollten. Und natürlich auch, dass diese Literatur entsprechend verwaltet gehört. Im Block 17 haben Sie erfahren, wie man Studien auswertet. Das heißt, Sie haben eine entsprechende statistische Kompetenz erlangt. In Block 24 geht es jetzt darum, Richtung Eigenaktivität zu gehen. Block 24 ist initiiert worden, um eben auch für Sie zu initiieren, dass man sich mit Wissenschaft auseinandersetzen soll, um Ihnen anzuraten, dass Sie sich damit auseinandersetzen, welcher Bereich für Sie attraktiv sein könnte und vor allem dann auch, welche Studie Sie durchführen könnten, beziehungsweise in einem definierten Format eben diese Aufgabenstellung zu erfüllen, dass Sie anhand eines konkreten Beispiels eine wissenschaftliche Studie planen. Also Planung und hier natürlich noch Möglichkeit an der eigenen Diplomarbeit das Planen. Nachdem Sie methodisch für die verschiedenen Bereiche in der Medizin nicht vorbereitet sind im Rahmen des Studiums, weil es ja hier hauptsächlich darum geht, dass Sie Hintergründe erfahren, dass Sie erfahren, wie die Biologie funktioniert, wie die Pathophysiologie geht, wie Therapieansätze sind, so erfahren Sie ja nicht wirklich konkret wissenschaftliche Verfahren in Ihrem Studium. Um Sie dabei zu unterstützen, natürlich auch die Methodenkompetenz zu erweitern, gibt es das Modul SSM 4, die sogenannten Methodenseminare und dann natürlich die eigentliche Diplomarbeit. Soweit zur Einführung, zum Überblick. Jetzt geht es sozusagen ins Detail, was hier betrachtet werden sollte. Und sozusagen organisatorisches, beziehungsweise auch, wie setzt man all das am besten um. Von mir eben die Sichtweise, sozusagen, wie tue ich es formal, was habe ich zu beachten und dann von der Frau Dr. Leitner, sozusagen, wie lege ich es wirklich individuell an, damit es meinen Bedürfnissen entsprechen kann. Bitte die Informationsquellen, die bereitgestellt werden, betrachten. Sie sehen hier die drei Informationsquellen angeführt. Das heißt, da ist der Study Guide vom Block 24, da ist die Themenbörsenseite, beziehungsweise die Unterseiten mit den Informationsquellen und dann gibt es die Diplomarbeitseite. Ich weiß, es sind drei Seiten, es wäre schöner, wenn man das alles auf einer Seite hätte, aber es geht nicht anders, weil man muss die anderen Bereiche auch bedienen, man muss die anderen Bereiche auch durchgehen, so zum Beispiel Themenbörsenanmeldung und natürlich muss dann auch dort eine Information vor Ort sein, weil ich kann nicht nur die Themenbörse anbieten und sagen, die Information, die muss woanders sein. Und die Themenbörsenseite kann natürlich nicht auf der Diplomarbeitseite sein. Darum bitte um Verständnis, dass das hier drei Seiten sind und bitte die drei Seiten wirklich zu Rate ziehen, wenn Sie irgendeine Information zu den jeweiligen Bereichen. Projektstudie bezieht sich natürlich auf Block 24, beziehungsweise auf die Themenbörsenseite und die Diplomarbeit für die Diplomarbeit danach. Bitte aber die Diplomarbeitseite auch schon im Vorfeld anschauen, Weil ich merke immer wieder von den Rückmeldungen der Studierenden, dass sie sozusagen über die Projektstudie gut informiert sind, aber was danach bei der Diplomarbeit ist, eben gewisse Lücken noch existieren. Also bitte immer beides zu Rate ziehen. Sie finden auf der Diplomarbeitseite im Prinzip den gesamten Prozess abgebildet, den Prozess von der Themenwahl in der Projektstudie bis hin zur Diplomprüfung, bis hin zur Defensia. Also hier ist alles abgewickelt, aber natürlich dann auch entsprechend verlinkt zu den jeweiligen Unterseiten. Zum technischen Ablauf vielleicht ein wichtiger Punkt, da kommen auch immer wieder Fragen, beziehungsweise gibt es die Möglichkeit, dass es Namensbezeichnungsschwierigkeiten gibt. Sie sehen hier, Block SSM 1, 2, 3 sind alle dem zweiten Abschnitt zugeordnet. SSM 3, Block 24, diesem Modul ist die Projektstudie zugeordnet. Das heißt auch, dass diese Projektstudie innerhalb dieses Moduls absolviert werden muss. Das heißt, SSM 3 ist im zweiten Abschnitt zugeordnet, daher muss es auch im zweiten Abschnitt absolviert werden. Wenn Sie SSM 3 im zweiten Abschnitt nicht absolvieren oder zum Beispiel in diesem Sommersemester nicht absolvieren, dann können Sie im Herbst nicht in den dritten Abschnitt wechseln. Das ist eine Erfordernis für die sogenannte zweite Diplomprüfung, dass SSM 3 erfüllt ist. Also bitte die Präsentation durchführen. Ist alles kein Problem, klingt jetzt sehr dramatisch, aber es hat bislang noch kein Studierender ein Problem gehabt, diese Projektstudie auch tatsächlich zu absolvieren, sofern Sie hingegangen sind und sofern Sie sich dafür angemeldet haben. Also das war kein Problem. Es hat manchmal Auflagen gegeben, aber dafür gibt es ja Ersatzleistungstermine. Das heißt, hier kann man die Auflagen dann entsprechend erfüllen. Das gibt es natürlich schon, wenn die Pläne nicht passen oder was auch immer. Aber im Prinzip ist das keine Schwierigkeit, das wirklich zu erfüllen. Aber noch einmal, es ist im zweiten Abschnitt zugeordnet, daher muss es im zweiten Abschnitt erfüllt werden. Und dann gibt es halt manchmal im September das Erwachen, ja, das habe ich übersehen, dass ich das noch bringen sollte. Und dann, ja, da müssen irgendwelche Verrenkungen angestellt werden. Damit das halt dann doch möglicherweise noch möglich ist. Aber bitte einfach schauen, dass Sie das wirklich erfüllt haben. Diese SSM3-Projektstudie ist im Prinzip die Grundvoraussetzung, die Diplomarbeit anmelden zu können, die Diplomarbeit formal beginnen zu können. Die Diplomarbeit ist, wie Sie hier sehen, keinem Abschnitt zugeordnet. Das heißt, Sie können nach SSM3 auch im zweiten Abschnitt schon beginnen oder Sie beginnen im dritten Abschnitt. Hier gibt es keine zeitlichen Fristen. Aber wie gesagt, der Ablauf, die Idee ist ja, dass Sie entsprechend wissenschaftlich vorbereitet werden durch SSM1,2,3 und dann mit der Diplomarbeit beginnen. Also darum auch dieser didaktische Aufbau. Und dann geht es mit der Diplomarbeit los. SSM4, also die Differenzialdiagnose-Projektstudie ist nicht gleich Diplomarbeit. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich lese das immer wieder. Ich bin für meine Diplomarbeit angemeldet. Jetzt sind Sie für Ihre Projektstudie angemeldet. Aber nicht für die Diplomarbeit. Jetzt sind Sie alle wahrscheinlich für irgendeine Projektstudie angemeldet, aber nicht für die Diplomarbeit. Bitte das beachten, dass das zwei getrennte Elemente sind, Curriculum-Elemente sind. Die Projektstudie ist eine Lehrveranstaltung, wichtiger Punkt, ist eine Lehrveranstaltung eben im Rahmen von SSM3 und die Diplomarbeit ist ein eigenes Modul. SSM4, das wird auch immer wieder verwechselt, ist auch ein eigenes Curriculum-Element. SSM4 ist, wie Sie hier sehen, dem dritten Abschnitt zugeordnet. Sie können aber die Lehrveranstaltungen von SSM4, sprich die Methodenseminare, auch schon früher absolvieren. Für manche von Ihnen vielleicht zugetroffen, indem Sie Statistikseminare schon im siebten Semester absolviert haben und für viele von Ihnen wahrscheinlich zuzweifend, weil Sie die anderen Methodenseminare, weil Sie eben insbesondere Zeit haben im achten Semester dafür, dass Sie diese Methodenseminare im achten Semester absolvieren. Nachdem SSM4 aber dem dritten Abschnitt zugeordnet ist, müssen Sie die Methodenseminare erst bis zum Studienende absolvieren. Das heißt, Sie können sich individuell wählen, ob Sie das schon im zweiten Abschnitt absolvieren oder erst im dritten Abschnitt. Also bitte hier klar differenzieren. Methodenseminare ist gleich SSM4, unabhängiges Curriculum-Element, bis zum Ende des Studiums, SSM3 bis zum Ende des zweiten Abschnittes zu absolvieren. Ein kleiner Rückblick. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen in der Informationsveranstaltung in Block 17 waren, wo ich auch ein wenig über Diplomarbeit gesprochen habe. Es wird eine Themenbörse erstellt, mithilfe derer Sie eben jetzt angemeldet worden sind. Ich glaube, über diese Themenbörse brauchen wir nicht speziell reden. Ich wollte Ihnen nur die Rückmeldung geben, wie es Ihrem Jahrgang ergangen ist. Ich habe Ihnen die Bilder gezeigt von 16, 17, 18. Die dicke Linie ist die 19er Linie. Also, Sie sehen den Verlauf. Soll kein Vorwurf sein. Soll meine Bitte sein, vielleicht mit den Kolleginnen und Kollegen in den nächsten Jahren Kontakt aufzunehmen, es waren am 1. November 50% der Studierenden nicht gemeldet. Man kann sich freuen und sagen, das Glas ist halb voll, aber die Freude ist nicht ganz so groß, wenn man weiß, dass Sie sehen, Sie sehen es hier aufgelistet im Jahr 2019, wenn 325 Studierende von 1. bis 30. November an die Themenbörse gemeldet werden wollen und teilweise wirklich noch kein Thema haben. Was da im E-Mail-Wald los ist, brauche ich Ihnen nicht zu beschreiben. Das heißt, das erklärt, warum Sie wahrscheinlich manchmal keine Antwort bekommen haben von irgendwelchen Betreuern, die Sie angeschrieben haben, weil die natürlich nicht nur Ihre Anfrage bekommen haben, sondern 150 andere gleichzeitig auch bei Massenaussendungen. Das heißt, bitte motivieren Sie auch Ihre jüngeren Kolleginnen und vielleicht auch Ihre Betreuer. Es sind ja nicht immer die Studierenden nur schuld, es sind auch manchmal die Betreuer ein wenig zurückhaltend bei der Studierendenmeldung. Bitte motivieren Sie Ihre Betreuer, dass wenn Sie eins geworden sind mit Ihnen, mit den Studierenden, dass Sie die Studierenden in diesem Moment an die Börse melden. Es gibt Ummeldungen, das gibt es immer wieder, aber der Großteil, der Großteil war bereits vereinbart. Das heißt, ich weiß es, wenn ich mit den Betreuern spreche, sagen die, ja, ja, wir haben das schon im September vereinbart, aber es ist ja eh Zeit bis November. Aber das bedeutet, dass die Themen grün sind in der Börse und somit Sie glauben, das ist frei, das Thema. Und wenn es rot ist, wissen Sie, da braucht man gar nicht hinschreiben. Eine Frage, die jetzt schon hereingekommen ist, ist es möglich, ein Methodenseminar im achten Semester zu besuchen und eins im neunten oder zehnten? Müssen sozusagen die Methodenseminare im gleichen Semester, also beide Methodenseminare im gleichen Semester absolviert werden? Es sind zwei unabhängige Lehrveranstaltungen, die beiden Methodenseminare und somit können Sie ein Methodenseminar im siebten Semester und eins im zehnten oder im achten, beide im neunten, also Sie können das beliebig kombinieren. Es müssen nicht beide im gleichen Semester absolviert werden. Hier die Methodenseminare vielleicht noch einmal hier oben kurz zusammengefasst. Ich glaube, das soll nur zeigen, dass es viele gibt von denen. Was wichtig ist, im Wintersemester Statistikseminare im Block- und Lineformat und im Sommersemester alle Methodenseminare im Blockformat. Und das gilt natürlich auch für alle kommenden Jahre. Das heißt, für Sie wird es natürlich schwierig, wenn Sie jetzt im vierten Jahr die Methodenseminare nicht absolvieren, dass Sie im fünften Jahr, wo Sie gleichzeitig Terziale haben, dass Sie hier im Blockformat ein Methodenseminar absolvieren. Darum wirklich dringend, dass Sie Methodenseminare so früh wie möglich absolvieren. Die Ziele von der Projektstudie, und das ist jetzt die Aufgabe, vor der Sie unmittelbar stehen, worum geht es, wie wird das abgewickelt. Wie schon erwähnt, die Projektstudie ist die Planung eines wissenschaftlichen Projektes nach Möglichkeit am Beispiel der eigenen Diplomarbeit. Sie bekommen alle Folien ins Netz gestellt. Ich habe es nur, Sie können es auch gern fotografieren. Aber ich habe es deswegen nicht ins Netz gestellt, weil viele Fragen hereinkommen und die Fragen möchte ich dann auch noch in die Präsentation hineingeben und dann kriegen Sie nicht zwei Versionen, sondern kriegen gleich die kombinierte Version. Ja, worum geht es im Block 24? Planung einer wissenschaftlichen Studien nach Möglichkeit am Beispiel der eigenen Diplomarbeit. Wie gesagt, nach Möglichkeit. Das ist ein wichtiger Indikator. Wir werden auf das noch eingehen. Und worum es bei einer Studienplanung geht, ist hier aufgelistet. Das heißt, das beginnt beim Aufarbeiten der wichtigen Literatur, der wesentlichen Literatur. Definition einer Problemstellung. Bitte immer von einer Problemstellung ausgehen. Und nicht den Kühlschrank öffnen und schauen, was nicht abgearbeitet ist. Nicht in irgendwelche Datenbanken hineingehen und sagen, naja, die Datenbank sollte ausgewertet werden. Bitte von einem Problem ausgehen. Zu diesem Problem die entsprechenden Fragen stellen. Die relevanten Fragen, die zielgerichteten Fragen, die sich auf das Problem beziehen. Klingt so einfach, ist aber nicht immer so einfach. Bitte das wirklich durchexerzieren. Dann Definition, worum geht es in der Studie wirklich? Wo möchte ich hin? Was möchte ich erreichen? Nicht, was sollte die Menschheit erreichen? Ich lese in den Projektplänen immer, dass die Menschheit geheilt werden soll. Ja, ist ein tolles Ziel. Aber es ist nicht Ihr Ziel bei Ihrer Diplomarbeit. Ihr konkretes Ziel, wo Sie hinkommen werden. Wo Sie eine Antwort darauf geben wollen. Das ist das, was in Ihrem Projektplan dann drinnen stehen sollte. Und worum es bei der Planung einer wissenschaftlichen Studie geht. Natürlich festlegende Arbeitsmethoden. Haben wir ja gesagt. Das methodische Bewusstsein muss drinnen sein. Definition der Methodik. Und auch Aussagekraft der Methodik bewerten. Ich kann nicht irgendeine Methodik verwenden und dann drauf kommen, dass die irrelevant ist für meine Fragestellung. Also auch die Aussagekraft der Methodik bewerten. Dann schon, wenn Sie sich sicher sind, dass Sie diese Studie tatsächlich durchführen werden, auch schon einarbeiten in die jeweilige Methodik. Weil, ja, wie gesagt, Sie haben bestimmte Verfahren nicht erfahren. Bislang im Studium ist es ganz gut, wenn man die Zeit nützt und während dieser Vorbereitungszeit sich die jeweiligen Methoden auch schon ansieht. Und gegebenenfalls schon vorarbeiten hinsichtlich Voten. Da wird es noch eine eigene Folie geben. Ich werde immer wieder gefragt, gibt es da eine Lehrveranstaltung dazu? Es gibt keine Lehrveranstaltung dazu. Sie wickeln das individuell mit Ihren Betreuern ab. Sie vereinbaren individuell Termine, wo Sie sich treffen, wo Sie Arbeitspakete sozusagen empfangen werden und wo Sie eben dann diese entsprechenden Arbeiten, Literaturbearbeitung, was auch immer, Definition der Ziele, was auch immer festlegen und das im Wechselspiel mit Ihrem Betreuer, mit Ihrer Betreuerin abficken. Also keine definierten Termine von der Uni, sondern Sie vereinbaren die Termine individuell mit Ihren Betreuern. Und dann, wenn das geschehen ist, kommt es eben am Ende zur Präsentation dieses hoffentlich Diplomarbeitsprojektes, natürlich formal der Projektstudie, in einer kleinen Gruppe, ungefähr Gruppengröße von 10. Und Sie müssen gleichzeitig dazu die schriftliche Ausführung dieser Studie vorlegen. Noch einmal ganz wichtig unten, Voraussetzung zum Übertritt in den dritten Studienabschnitt. Hier einige Details, sind jetzt doch einige E-Mails von Ihnen an mich und an die Frau Schenk und an die Studienabteilung und was auch immer unterwegs. Hier einige Punkte, die Sie bitte betrachten und beachten müssen. Noch einmal, Projektstudie ist formal eine Lehrveranstaltung. Und diese Lehrveranstaltung, auch gleich die Antwort auf die Frage, die hereingekommen ist, für diese Lehrveranstaltung werden die Betreuer beauftragt. Und die Betreuer sagen zu, dass sie diese Lehrveranstaltung abhalten. Das heißt, das ist eine Betrauungsangelegenheit und darum ist das auch in diesem Format angelegt. Die Frage war, was ist, wenn mich der Betreuer für die Projektstudie im Stich lässt. Das gibt es nicht. Natürlich gibt es, sonst wäre die Frage nicht gekommen, schon klar. Aber dann bitte rückmelden an mich. Und dann bitte rückmelden an mich, dann muss ich Kontakt aufnehmen mit dem Betreuer. Der Betreuer hat zugesagt, dass er sich bei dieser Lehrveranstaltung betreuen wird. Und diese Betreuung ist erfolgt und eine betraute Lehrveranstaltung muss abgehalten werden. Dann kann man natürlich noch reden und vielleicht wollen Sie dann selber nicht mehr mit diesem Betreuer, weil Sie sagen, das hat sowieso keinen Sinn. Dann wird man vielleicht eine andere Lösung finden, aber formal muss dieser Betreuer liefern. Darum haben wir ja das in diesem Format angelegt. Also im Prinzip hat der diese Verpflichtung unterschrieben, dass er Sie bei dieser Lehrveranstaltung betreuen wird. Noch einmal, ob Sie dann bei diesem bleiben wollen oder vielleicht ein anderes Thema suchen wollen, da können wir gerne drüber reden, aber formal muss der Betreuer liefern. Ja, drum Lehrveranstaltung und drum eben dieser wichtige Punkt. Was dann auch natürlich passieren kann, und Sie sehen es hier oben, diese Anmeldung gilt natürlich, nachdem es eine Lehrveranstaltung ist und für Sie eine Lehrveranstaltung in diesem Sommersemester, gilt diese Anmeldung nur für diese Lehrveranstaltung in diesem Sommersemester. Ich kann jetzt sagen, ich melde mich für eine Lehrveranstaltung an und bin dann die nächsten zehn Jahre für diese Lehrveranstaltung angemeldet. Das heißt, Sie sind somit für dieses Sommersemester oder eben Wintersemester, wenn Sie das schon absolviert haben, für diese Lehrveranstaltung angemeldet. Also drum, dieses Lehrveranstaltungsprinzip denken, bitte mit einbeziehen in die Abwicklung der Projektstudie. Wenn Sie es aus irgendwelchen Gründen dann doch nicht gemacht haben, jetzt nicht, weil Sie durchgefallen sind, aber weil Sie sagen, geht sich für mich nicht aus, ich möchte erst im nächsten Jahr weiter tun. Es gibt fünf Prozent der Studierenden, die eben die Projektstudie nicht in dem vorgesehenen Jahr absolvieren. Das heißt, es kann krankheitsbedingt, wodurch auch immer, kann es vorkommen, dass Sie eben in diesem Jahr die Projektstudie nicht absolvieren. Dann bitte das nächste Jahr aktiv auf uns zugehen. Und mit uns meine ich, wie Sie es auch schon wissen, an die Studienabteilung herantreten, dass Sie im nächsten Jahr sagen, dieser Block 24 fehlt mir noch, bitte mich anmelden für diese Lehrveranstaltung. Und bitte auch an den Blockkoordinator herantreten, weil ich muss Sie dann für die Themenbörse freischalten, damit Sie wieder angemeldet werden können. Also darum bitte aktiv bei Nichterfüllung, wenn Sie es aus irgendwelchen Gründen nicht absolviert haben, aktiv an diese beiden Institutionen, eben Studienabteilung und Blockkoordinator kann im Jahr danach sein, kann auch zwei Jahre danach sein, wie eben Ihre Studienplanung dann aussieht. Die Gruppeneinteilung erfolgt durch den Blockkoordinator. Das heißt, ich habe jetzt für das Sommersemester 50 Gruppen generiert, 50 unterschiedliche Gruppen generiert und habe 50 Koordinatoren für diese Gruppen bestellt. Diese 50 Koordinatoren werden Sie jetzt einladen. 25 davon haben schon eingeladen, 25 haben noch nicht eingeladen. Also bitte nicht panisch werden, weil die Kollegin, weil der Kollege schon eingeladen ist. Es sind 50 verschiedene Personen, die eben einladen und das kann nicht synchron erfolgen. Die Präsentationen sind Ende Mai, das heißt, wir haben Zeit genug. Ich hoffe, dass um Ostern herum alle Einladungen hinausgegangen sind. Das heißt, Sie sollten die Termine dann im Prinzip ein Monat vorher wissen, ein Monat vor der Präsentation und dann eben bitte wirklich hingehen. Das heißt, das ist ein Pflichttermin, das heißt, Sie werden eingeladen und das ist ein Pflichttermin für Sie und bitte zu diesem Termin wirklich erscheinen. Nein, das ist ein Wunschtermin von uns an den Betreuer und wir freuen uns, wenn die Betreuer teilnehmen, weil sie ja auch Teil dieser Lehrveranstaltung sind. Aber wir können natürlich nicht in diesem Fall 500 Lehrende verpflichten, dass sie jetzt zu bestimmten Zeiten jetzt an dieser Lehrveranstaltung teilnehmen. Das geht nicht, aber wir freuen uns natürlich, wenn auch einige Lehrende hier an diesem Seminar teilnehmen. Wenn Sie an diesem Pflichttermin nicht teilnehmen, wenn Sie mich informieren, freut es mich, zeigt gute Kommunikation. Aber alle, die zum Pflichttermin nicht antreten, werden automatisch zum Ersatztermin eingeladen. Also da gibt es keine 50%, 80% oder was auch immer Regelung. Das heißt, alle, die nicht teilnehmen an dieser Lehrveranstaltung, werden automatisch zum Ersatztermin und dieser Ersatztermin ist in der Kalenderwoche 27, wie Sie dann noch sehen werden, werden automatisch zum Ersatztermin eingeladen. Ich habe nur jetzt keine Termine noch definiert, weil es immer unklar ist, ob wir einen, zwei oder drei brauchen. Und das wird eben dann zeitnahe festgelegt und da kann man dann schon ein wenig schichten. Aber es ist jedenfalls in der ersten Juliwoche dieser Ersatztermin. Termine Dezember, Mai ist klar. Was auch eine Frage immer wieder ist, wann muss ich meinen Projektplan abgeben? Und wem muss ich meinen Projektplan abgeben? Projektplan wird dem Koordinator anlässlich der Präsentation übergeben. Und so übergeben, dass Ihre Unterschrift drauf ist und dass die Unterschrift Ihres Betreuers drauf ist. Unterschrift Ihres Betreuers, Sie sehen es dann, Beurteilung durch Betreuer. Die Unterschrift des Betreuers ist im Prinzip Ihre Beurteilung. Das heißt, wenn der diese Unterschrift drauf setzt, bedeutet das, dass Sie diese Projektstudie auch in den Augen Ihres Betreuers erfolgreich absolviert haben. Diese Rückmeldung brauchen wir, weil die Beurteilungskompetenz natürlich beim Lehrveranstaltungsleiter liegt. Und der Lehrveranstaltungsleiter ist Ihr Betreuer für diese Lehrveranstaltung. Eine Frage, wie genau erfolgt die Beurteilung des Projektplans durch den Koordinator? Der Koordinator wird es eher formal betrachten. Das heißt, Ihr Betreuer hat natürlich die inhaltliche Hoheit. Aber wenn Sie in diesem Projektplan nichts drinnen haben und Ihr Betreuer sagt, na, Sie wissen das sowieso, dann wird der Koordinator sagen, dann schreiben Sie es bitte rein. Also das geht eher auf dieser Ebene, als auf der Ebene, dass der Koordinator sagt, ja, da ist was falsch geschrieben oder der Begriff ist falsch oder was auch immer. Also der beschäftigt sich nicht mit Details, sondern der beschäftigt sich mit den Konzepten eines Projektplans und wird sagen, naja, aber die Methodik ist nicht beschrieben. Bitte das reinschreiben. Auch wenn Ihr Betreuer das sozusagen positiv beurteilt hat und sagt, na, das haben wir eh besprochen und wir beide wissen eh, was wir machen. Also bitte hier auf die formalen Rückmeldungen des Koordinators auch eingehen. Die zweite Frage ist auch, was macht der Koordinator dann mit dem Projektplan? Der Koordinator kriegt die Anweisung von uns, dass er die Projektpläne dann an mein Sekretariat schickt. Die Projektpläne gehen dann zu uns und ich schaue mir dann auch noch einmal alle Projektpläne formal an. Also nicht inhaltlich, sondern formal an, ob sie eben den formalen Erfordernissen entsprechen. Ein wichtiger Punkt, Projektpläne. Es gibt Studien, die gemeinsam durchgeführt werden. Es handelt sich hier um eine Lehrveranstaltung, um eine individuelle Lehrveranstaltung und ich kriege manchmal Projektpläne, die sich nur in zwei bis drei Wörtern unterscheiden. Das ist eine klare Sache vom Plagiat. Ich glaube, es sollte jeder Studierende einen eigenen Projektplan erstellen und es sollte jeder Studierende, auch wenn die Studien gemeinsam durchgeführt werden, sollte es seinen eigenen Zugang zu dieser Studie darstellen. Sprich, sollte die Literatur eigenständig aufarbeiten, sollte Fragestellung, Problemstellung und, 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 das eigenständig erstellen. Und im Nachhinein kann man natürlich dann schauen, sie sind wir aufs Gleiche gekommen, aber sie sollen ja die Möglichkeit haben, diese wissenschaftliche Kompetenz zu erlangen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn jetzt der eine von Ihnen die Einleitung zu der anderen Problemstellung schreibt, der andere schreibt die Einleitung, der eine schreibt über Diabetes und der andere schreibt über Nebenwirkungen, der eine kennt sich nicht aus, was Diabetes ist und der andere nicht über die Nebenwirkungen und was auch immer. Also darum bitte jeder von Ihnen einen eigenständigen Projektplan bitte erstellen. Ist es ein Problem, wenn ein Betreuer zwei Studenten betreut und diese dann aufgrund ähnlicher Themen sehr ähnliche Methodik und Statistik haben? Nein. Wenn die Verfahren ähnlich sind, warum nicht? Sie haben eben die gleichen Auswerteverfahren. Es gibt auch in der Immunologie immer wieder einen Westernplot in jeder Studie. Es gibt immer wieder PCR drinnen. Die werden methodisch relativ gleich beschrieben sein. Aber die Ausformulierung sollte individuell sein. Was Sie dabei auch lernen, ist wissenschaftlich zu schreiben, wissenschaftlich zu kommunizieren. Und natürlich, wenn zwei zusammenarbeiten, ist der eine besser im Zeichnen und der andere besser im Schreiben und der dritte besser in der Statistik. Klar, aber wenn jeder nur das macht, wofür derjenige sozusagen spezialisiert ist, dann, glaube ich, kommt einer für sich selber nicht zu einem Gesamtbild. Und darum bitte wirklich darauf achten, dass individuelle Pläne erstellt werden. Wird die Präsentation benotet? Die Präsentation wird mit Plus Minus mit und ohne Erfolg benotet. Also nicht Notenskala, sondern nur Plus Minus. Von der Projektstudie zur Diplomarbeit. Das heißt, wenn Sie die Projektstudie erfolgreich absolviert haben, stehen Sie an, Ihre Diplomarbeit anzumelden. Darum eben auch noch einmal die Differenzierung. Das ist Projektstudie und das ist Diplomarbeit. Nach der Projektstudie ist die Projektstudie beendet. Und dann ist der Prozess formal einmal beendet. Nach erfolgreicher Absolvierung von SSM 3 können Sie die Studie aus SSM 3, also die, die Sie geplant haben, als Ihre Diplomarbeit anmelden. Sie können aber auch ohne Angabe von Gründen eine andere Studie anmelden. Das heißt, das ist der Punkt, das ist der Ausstiegszeitpunkt. Wenn Sie sagen, ich bleibe doch nicht in der Immunologie, das ist mein Fach, ich bleibe doch nicht in der Immunologie, sondern gehe in die Endokrinologie oder wo auch immer hin, dann ist es Ihr gutes Recht. Bitte das nur kommunizieren. Dass Sie mir dann sagen, es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut, aber ich möchte meine Diplomarbeit in einem anderen Bereich verfassen. Bitte kommunizieren. Und dieses Recht haben auch die Betreuer. Dass der Betreuer sagt, Herr Kollege, Sie werden besser in der Immunologie aufgehoben, aber nicht in der Endokrinologie. Also dieses Recht hat auch der Betreuer, dass er sagt, wir haben das gemeinsam geplant. Für diese Lehrveranstaltung bin ich beauftragt. Aber, wie es weitergeht, müssen Sie jetzt selber finden, weil, ja, ich glaube, Sie haben vielleicht nicht den Bezug zu der Thematik, wie ich mir das vorgestellt habe. Also das ist der Ausstiegszeitpunkt. Aber noch einmal, ohne Angabe von Gründen, Sie können sagen, ich mache nicht weiter. Natürlich das bitte rechtzeitig sagen. Weil viele Betreuer beschweren sich bei mir und sagen, naja, jetzt hat er die Projektstudie gemacht und jetzt habe ich zwei Jahre nichts von dem gehört. Das ist natürlich auch eine Nachlässigkeit vom Betreuer. Weil der müsste auch hingehen zu Ihnen und sagen, na was ist, machen wir weiter, ja oder nein. Und bitte diese Kommunikation wirklich leben. Dass das sozusagen zu keinen Unstimmigkeiten führt. Natürlich, Sie sind dann im fünften Jahr und möglicherweise im Ausland und haben natürlich dieses Projekt vergessen und was auch immer. Also einfach wirklich klar definieren, wie es für Sie weitergeht. Also, Entschuldigung. Also Thema der Projektstudie oder neues Thema ist wichtig. Für die Diplomarbeit auch eine Frage. Für die Diplomarbeit natürlich dann keine Anmeldung in die Börse. Weil die Börse ist für die Projektstudie. Die Themenbörse dient zur Anmeldung, die Themenbörse für die Anmeldung der Projektstudie. Aber nicht für die Anmeldung der Diplomarbeit. Die Anmeldung der Diplomarbeit, wie Sie da oben sehen, erfolgt in der Studienabteilung. Das heißt, bitte das klar differenzieren. Und vor allem, ich kann Sie ja auch nicht zwingen. Sie haben die Lehrveranstaltung Projektstudie erfolgreich absolviert. Warum sollte ich Sie jetzt noch einmal zwingen, die Lehrveranstaltung zu wiederholen? Das haben Sie erfolgreich absolviert. Das heißt, da brauchen Sie natürlich diese Lehrveranstaltung Projektstudie nicht wiederholen, wenn Sie ein anderes Thema wählen. Klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber es ist, glaube ich, eine klare Trennung. Wie gesagt, Vereinbarung mit Betreuertransparenz, Ausstiegszeitpunkt. Um Sie dabei zu unterstützen, wenn Sie andere Themen finden möchten, bitte natürlich auch die Themenbörse verwenden. Weil hier sehen Sie, welche Themen angeboten werden. Und hier sehen Sie auch, welche Themen neu hereingekommen sind. Wenn Sie jetzt nach SSM 3 sind und sich die Themen anschauen, die in der 19er Börse noch grün drinnen sind, dann werden die natürlich alle noch frei sein. Das heißt, wenn Sie nach SSM 3 jetzt von der Immunologie in einen anderen Bereich wechseln wollen, dann sehen Sie grüne Felder, ich weiß nicht, in der Chirurgie, Inneren, Neurologie oder wo auch immer, dann bitte diese Kollegen kontaktieren, insbesondere die mit den höheren Nummern, weil die haben aktuell Themen hineingestellt und die suchen Kollegen. Und denen ist es im Prinzip ja dann gleichgültig, ob Sie eine Projektstudie oder eine Diplomarbeit betreuen und sind wahrscheinlich sogar interessiert, wenn Sie gleich in eine Diplomarbeit einsteigen. Aber da ist eine Frage hereingekommen. Wieso muss man es melden, wenn man ein anderes Thema als Diplomarbeitsthema verwendet, wenn SSM 3 und Diplomarbeit unabhängig voneinander sind? Ja, warum nicht? Wenn Sie unabhängig voneinander sind, muss ich Sie extra melden, oder? Oder habe ich die Frage falsch verstanden? Weil eben das getrennt ist. Darum sagen, für die Projektstudie melde ich mich hier an und für die Diplomarbeit hier. Darum eben das wirklich klar voneinander trennen. Ja, der Projektplan, und das gilt jetzt gleichermaßen für die Projektstudie und für die Diplomarbeit, muss natürlich gewisse Inhalte haben. Und die Inhalte sind natürlich das, was man bei einer Planung einer wissenschaftlichen Studie tut. Das heißt, Sie haben ein Deckblatt, auf dem sozusagen die Player und die Rahmenbedingungen festgelegt sind. Abstract, Deutsch oder Englisch, Sprache kann Deutsch oder Englisch sein, wie Sie möchten, aber nur durchgehend, also nicht einen deutschen Titel und einen englischen Text und umgekehrt. Also wenn Sie einen, ja, gibt es, aber wenn Sie einen deutschen Titel haben, dann bitte die Arbeit auf Deutsch oder den Projektplan auf Deutsch und wenn Sie einen englischen Titel haben, dann halt alles auf Englisch. Kurzfassung, Inhaltsverzeichnis wäre sinnvoll, Wissenstand darstellen, Problemstellung, sprich Wissenslücke klar darstellen, warum machen Sie das Ganze. Und dann natürlich auch spezielle Forschungsfrage, das Ziel definieren, die geplante Durchführen, Fallzahl kollektiv, ganz wichtig, dass die Rahmenbedingungen definiert sind, dass Sie auch reinschreiben, wie Sie die Studie auswerten werden, die statistischen Verfahren. Es stehen auf fast keinen Projektplänen Fallzahlen drauf. Und wenn man dann nachfragt, sind alle beleidigt, weil sie sagen, ja, ich weiß ja eh, wie viele Patienten ich habe, bitte hineinschreiben. Also das sind wirklich Rahmenbedingungen, weil die definieren die Studie. Und Quellenverzeichnisse. Ich werde auch immer wieder gefragt, gibt es Vorlagen? Es gibt vom KKS eine Vorlage für retrospektive Studien. Der Großteil sind retrospektive, prospektive Arzneimittel und was auch immer Studien. Die sind alle mit einem derartigen Projektplan abgedeckt. Diesen Link finden Sie auf der Diplom-Arbeit-Seite. Bitte diese Vorlage verwenden. Die ist extrem hilfreich, sowohl für die Projektstudie, jetzt im Block 24, als auch dann natürlich für die eigentliche Diplom-Arbeit, für die Sie natürlich auch einen aktuellen Projektplan für die Anmeldung benötigen. Also diese Vorlage, die hier zitiert ist. Quellenverzeichnis. Ich kriege immer wieder die Rückmeldung von Studierenden. Zu meiner Studie gibt es noch keine Literatur, weil die ist so neu. Da gibt es noch keine Literatur. Also bitte ein adäquates Quellenverzeichnis erstellen. Aber nicht ein Quellenverzeichnis mit einem Krone-Zitat, mit einem Wikipedia-Zitat und mit einem Lehrbuch der Chemie-Zitat, sondern wirklich ordentliche Quellen. Primär Quellen anführend. Also ich kriege immer wieder Quellenverzeichnisse, die sind, ich würde sagen, einmal als dürftig zu bezeichnen. Dann bitte hier wirklich darstellen, dass Sie sich mit der Literatur auseinandergesetzt haben und die entsprechend durchdrungen haben. Und dann bitte keine Leselisten angeben. Wird auch immer wieder gemacht. Das habe ich alles gelesen. Dann stehen 50 Quellen dort. Aber die haben keinen Bezug zum Text. Ein Quellenverzeichnis ist dazu da, um das, was Sie in Ihrem Text, sei es jetzt der Projektplan oder die Diplom-Arbeit, dass Sie Bezug nehmen auf die Literatur, die zu diesen Aussagen passt, die Sie hier treffen. Sie sagen, no, na, aber leider passiert das auch immer wieder. Und diese Quellenverzeichnisse bitten auf den Prinzip vollständig. Überprüfbarkeit, Nachvollziehbarkeit. Da steht Institut für, ich sage jetzt wieder mal Immunologie, also ich hoffe, wir machen es nicht, Quelle 7, Institut für Immunologie. Ich meine, wie soll ich die Quelle finden? Soll ich da jetzt hingehen und das Fragen beginnen oder was auch immer? Also auffindbare Quellen, die für den geneigten Leser auffindbar sind, hier darstellen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Projektplan ist wichtig, ist das wichtigste Dokument für Sie. Ist insofern das wichtigste, weil es eben die Festlegung Ihrer Studie ist. Das ist Ihre Vereinbarung mit dem Betreuer. Zu Dauer, Umfang, Zeitpunkt, was Sie alles machen werden. Das ist die Vereinbarung für Sie mit Ihrem Betreuer, aber auch umgekehrt für den Betreuer für Sie. Das heißt, da gibt es immer wieder unterschiedliche Ansichten. Wenn 100 drinnen stehen, 100 Patienten, sind es 100 Patienten. Und das soll dann nicht verhandelt werden. Die Studierenden sind dann manchmal geneigt, sozusagen die Zahl zu reduzieren und die Betreuer sind manchmal geneigt, die Zahl zu erhöhen. Und dann entstehen halt Meinungsverschiedenheiten, weil heute die Studie noch nicht abgeschlossen werden kann. Das ist der Vertrag und das ist auch ein zeitlicher Vertrag. Das heißt, wenn Sie sich nicht an diese Zeiten halten, kann Ihnen auch der Betreuer schreiben. Wir haben aber ausgemacht, dass wir das nächste Jahr die Studie durchführen und der Betreuer möchte ja die Studie durchführen. Dann wird er Ihnen ein Ultimatum stellen und wird sagen, kommen Sie jetzt ja oder nein? Sie haben unterschrieben auf diesem Projektplan, dass Sie am so und so vielten kommen und wir die Studie durchführen. Und jetzt lassen Sie sich ein halbes Jahr nicht sehen. Bitte um Stellungnahme, sonst ist die Diplomarbeit beendet. Also auch wenn die Diplomarbeit schon angemeldet ist, kann Sie der Betreuer über diesen Vertrag, sozusagen aus der Diplomarbeit hinausschieben, weil Sie den Vertrag nicht eingehalten haben. Aber natürlich haben Sie genauso den Hebel an den Betreuer, wenn der sagt, 5000 Patienten wären besser als 500, dann können Sie sagen, jetzt machen wir mal 500 und dann arbeitet man natürlich wissenschaftlich weiter. Aber für die Diplomarbeit sind 500 auch genug. Das haben wir ja festgelegt. Bei vielen Studien sagt der Betreuer, die Auswertung wird von einem Statistiker vorgenommen. Da weiß ich ja nicht, welche Verfahren dieser anwendet. Bitte das immer in Absprache. Also nicht einfach sagen, bitte auswerten und hoffen, dass ein Statistiker vorbeigeht, sondern hier das intensiv. Natürlich gibt es gewisse statistische Verfahren, wo Sie nicht die Kompetenz haben, auch klar. Aber für viele, für die meisten statistischen Verfahren haben Sie die Kompetenz. Das heißt, das sollten Sie durchführen können. Und wenn es aufwendigere Statistiken gibt, bitte einfach, wenn es sich um Ihre Studie handelt, mitgehen und das gemeinsam mit dem Statistiker durchführen. Mitbedenken bei der Planung, auch ein wichtiger Punkt. Es gibt bestimmte Voten, die Sie betrachten sollen. Und nachdem Sie ja in der Vorleistung, in der Projektstudienplanung eine gewisse Zeit zur Verfügung haben, wenn Sie schon wissen, dass die Studie weitergehen wird, bitte all diese Voten im Hinterkopf behalten und auch hier schon die entsprechenden Anträge stellen. Sie benötigen diese Voten zum Beginn der Studie. Also nicht zum Ende der Studie, sondern zum Beginn der Studie. Das heißt, diese Voten müssen, wie Sie auch unten dargestellt sehen, zur Anmeldung der Diplomarbeit vorliegen. Und ist auch vorgeschrieben von den jeweiligen Kommissionen, dass natürlich die Bewilligungen wirklich vor Beginn der jeweiligen Studien vorlegen müssen. Sie können nicht eine Studie an Patienten machen und kein Votum dafür haben. Das geht einfach nicht. Drum auch das in die Planung, in die Studienplanung mit einbeziehen. Und da ist es ganz wichtig, Ethikvotum, Sie haben heute schon in der Früh die Vorlesung gehabt, also ich glaube, da braucht man nicht extra eingehen. Bei Unklarheiten, die Frau Dr. Planer steht zur Verfügung, da gibt es fixe Gesprächstermine und Sprechstunden, wo Sie sie befragen können. Bitte auch betrachten, dass es für Tierversuche eine eigene Bewilligung gibt. Da kriege ich dann immer die Rückmeldung, ja, den Tierversuch hat ja wer anderer durchgeführt, ich nehme nur die Präparate und werte das aus. Bitte trotzdem das Votum beilegen. Sie können ja nicht irgendwelche Präparate auswerten und sagen, ja, entnommen habe ich es nicht, Tierversuch habe ich auch nicht durchgeführt. Ist mir wurscht, wo diese Präparate her sind. Also bitte hier auch das Bewusstsein haben, dass Sie sagen, die Präparate, die ich verwende in meiner Diplomarbeit, für die muss es natürlich auch eine entsprechende Bewilligung geben. Sie müssen auf diesen Tierversuchsbewilligungen nicht draufstehen. Da genügt es, dass es ein Votum gibt. Auf den Ethikvoten müssen Sie draufstehen, weil Sie ja die Studien mit den Patienten, mit den Patiententaten durchführen. Also hier müssen Sie draufstehen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass Sie die Datenschutzkommission kontaktieren. Hier bitte, wenn eben Befragungen von Mitarbeitern der MedUni Wien beziehungsweise auch von Studierenden stattfinden, bitte das mit der Datenschutzkommission abklären. Da gibt es auch einen entsprechenden Link. Fristen. Die Anmeldung ist schon klar, die Präsentation ist auch klar. Ersatztermin, Kalenderwoche 27. Wie gesagt, der spezielle Termin wird noch festgelegt. Bei Nichterfüllung der Projektstudie eben die Wiederanmeldung ganz wichtig beachten. Auch ganz wichtig, dass die Anmeldung der Diplomarbeit vor Beginn der Studie stattfindet und nicht zum Ende der Studie. Sie haben keine Fristen hinsichtlich Anmeldung der Diplomarbeit und Einreichung der Diplomarbeit im Humanmedizinstudium. Das sage ich jetzt dazu. Es gibt Fristen, die im Zahnmedizinstudium existieren, aber im Humanmedizinstudium, wann Sie die Diplomarbeit anmelden und wann Sie die Diplomarbeit einreichen, liegt ausschließlich bei Ihnen. Natürlich freuen wir uns, wenn Sie die Diplomarbeit nicht erst nach zehn Jahren dann einreichen, aber bitte, das liegt sozusagen in Ihrer Verantwortung. Anmeldung zur Diplomprüfung kann gemeinsam mit der Einreichung der Diplomarbeit erfolgen, muss nur mit einem gewissen Vorlauf erfolgen, weil diese Prüfung ja auch ausgeschrieben werden muss und damit diese Ausschreibungsfrist eingehalten werden kann, muss eben hier eine gewisse Zeit eingehalten werden. Aber mit der Einreichung der Diplomarbeit können Sie die Anmeldung zur Diplomprüfung abgeben. Es gibt die Möglichkeit der Anmeldung. Ethikvotum gilt nur ein Jahr, braucht man eine Verlängerung. Jedes Ethikvotum gilt ein Jahr und wenn die Studie länger dauert, aber das ist ein Klick. Das heißt, bitte um Verlängerung, weil noch nicht durchgeführt und das ist ein Durchlaufposten. Also es geht sehr einfach. Anerkennung, auch eine Frage, die möglicherweise für Sie noch wichtig sein kann. Es kann die Projektstudie anerkannt werden. Projektstudie ist eine Lehrveranstaltung und Lehrveranstaltungen können anerkannt werden. Diplomarbeit kann nicht anerkannt werden, ist vom Gesetz nicht mehr vorgesehen. Diplomprüfung kann anerkannt werden, wenn es zum Themengebiet der eigenen Diplomarbeit passt. Und Methodenseminare als Lehrveranstaltung können auch anerkannt werden. Das heißt, wenn Sie aus anderen Studien oder aus Wahlfächern oder sonstigen Fächern, die Sie absolvieren, andere Methodenseminare absolvieren, können Sie sich diese natürlich als Methodenseminare, wenn Sie inhaltlich, wenn das, was da unten steht, erfüllt ist, wenn das erfüllt ist, können Sie sich das anrechnen lassen. Diplomprüfung ist die Defensio. Ja. Wann und warum wird eine Diplomarbeit nicht anerkannt? Weil es Diplomarbeits, systematische Diplomarbeitsanrechner gegeben hat, die sozusagen eine Diplomarbeit geschrieben haben und dadurch drei Studien absolviert haben. Und darum hat es der Gesetzgeber nicht mehr akzeptiert und sieht das nicht mehr vor. Es ist im UG nicht mehr vorgegeben. Betreuerkompetenz, jetzt vielleicht noch im Nachhinein. Betreuer sollten habilitiert sein, können aber auch mit entsprechender Bestätigung. Ist vielleicht für Sie dann wichtig, sollten Sie das Thema wechseln. Betreuer sollte habilitiert sein oder man benötigt eine Bestätigung des Klinikvorstandes oder Öls, um eben diese Betreuerqualifikation aufzuweisen. Aber das ist im Prinzip hier dargestellt. Gut, somit bin ich am Ende. Sie haben schon einige Fragen gestellt. Gibt es außer meinen besten Wünschen für eine erfolgreiche Diplomarbeit im Moment von Ihnen Fragen? Danke. 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 Danke.